Hallo, mein Name ist Michael aka Masterjam und ihr fragt euch sicherlich, was ist jetzt eigentlich mit Lustige Witze Folge 300? Und ihr solltet jetzt Antwort bekommen. Vorher aber ganz kurz, diese sexy Menschen, die hier eingeblendet sind, haben das KOND Gewinnspiel gewonnen. Ihr habt eine Nachricht auf Instagram, schaut mal rein und dann kann ich euch den Stuff zuschicken. Herzlichen Glückwunsch. So, Lustige Witze Folge 300. Einmal ein fettes Kreuz im Kalender machen, denn es wird einen Livestream geben und zwar am kommenden Dienstag, den 24. August um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal Masterjam. Ich werde das mit meinem guten Freund Sean von Apple Watch zusammen machen, denn er hat so ein bisschen mehr Ahnung von Livestreams und wir hoffen, dass wir mit euch einen schönen Abend verbringen können. Und damit dieses Video am heutigen Freitag nicht ganz so traurig und kurz ist, habe ich noch etwas für euch. Ich war nämlich das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder auf einem richtigen Konzert und das zeige ich euch jetzt. So, wie ihr an diesem Beauty-Shot sehen könnt, habe ich schon gegessen. Wir sind jetzt hier in der Beach-Bar in Düsseldorf und sind heute zu einem Konzert eingeladen. Das ist das erste Mal Live-Musik seit Februar 2020 und ich glaube auf diesem Channel sogar seit 2019. Das Problem ist allerdings, hier ist so diese Beach-Side-Area und dahinter, hinter diesem Zaun, da ist die Konzert-Area. Das Problem ist, ich habe leider mein Ticket nur für diese Area, aber ich habe schon eine Idee, wie ich die Bühne erreichen kann. Ich sage dir, wer du bist, seid mir meine Freunde, seid mir deine Freunde und ich weiß, was ich weiß. und ich sage dir, wer du bist, seid mir deine Freunde. Und ich sage dir, wer du bist, seid mir deine Beziehung. Und ich sage dir, wer du bist, seid mir deine Freunde. Ich bin ein Arschloch, fast jeden Tag Es grenzt unan ein Wunder, dass irgendwer mich mag Ich habe Freundschaften zerstört und jede Liebe verjagt Ich weiß, dass ich mit dir einfach alles schaffen kann Ganz egal wie und wer ich auch vorher zu dir war Bleib dein Herz aus der Mund und schenke es dir Ohne ich, ist es eh kein Teil von mir Schau lauter, schau deine Mut heraus Behalte nichts mehr in dir Kommt nichts aus und folge dir Wir feiern durch, wir bleiben bis zum Ende Daumen hoch und like und abonnieren Und wir sehen uns am nächsten Dienstag zu Lustige Witze Folge 300 Haut raus!